Hallo Leute, es geht weiter mit diesem wunderbaren Kampf gegen Flint. Ja, komm! Ey, es fängt jetzt schon an, mir hier richtig auf den Sack zu gehen. Aber, naja. So, aber jetzt geh ich es hin. Weil er einfach, Spider-Man soll einfach nur das machen, was er machen soll, aber manchmal kommt das nicht hin. Schön, dass wir wieder da sind, liebe Freunde, hier beim Kampf gegen Flint auf jeden Fall. Wir sind kurz vorm Ende und ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Ohne... Ja, auch du in your face. Du musst einfach nur in deine zweite Form kriegen, und zwar ganz schnell. Oder sich irgendwie... Ja, ich auch. Ja. Das mit diesen ganzen Dingern ist auch ein bisschen nervig, aber es klappt besser jetzt mal. Weil ich jetzt weiß, was ich machen muss. Komm, komm! Das soll er nicht machen. Mann, komm schon! Mann! Mann, er landet... Er macht mal seine komischen Jechtsprünge da, und das nervt ein bisschen, aber... Help me! Ja, aber wir kriegen es hin, Leute, wir kriegen es diesmal hin. Help me! Oh, komm schon! Hallo! Warum kriege ich jetzt schon wieder so viel Schaden? Ey, wenn die das nochmal schr-sagt, dann... Glück vermortet er dir das. Warum? Alter, ja, natürlich. Ich dachte, das alles wunderbar haben. Weil ich auch keine Möglichkeit habe, um mich irgendwie zu heilen. Hallo! Oh, schon wieder eine Alpha-Wand hier. Ja, klar. Das hat nicht funktioniert. Ey, wenn diese Madame Rapids nochmal sagt, dann mache ich hier irgendwie den Sound aus... ...und mache ich den alle alleine. Wie viel muss ich denn noch an den werfen? Wie soll ich denn das alles machen? Ich bin schon wieder fast tot. Ja, das war jetzt die dritte Form. Ah, das wird nichts, ey. Das wird wieder nichts. Runterspringen, landen... Ach, komm schon! Nein, nein, nein! Oh, nein! Oh, Mann! Komm schon hoch, da. Komm schon, komm schon! Komm schon! So. Komm schon, das machen wir jetzt. Halt die Fresse, Madame Web! Oh, aber der Kampf ist schon heftig, ja. Oh, aber der Kampf ist schon heftiger. Ja, komm schon, komm schon, rand da, rand da, rand da, rand da! Jawoll! Oha, das war, das war, das war, das war ein harter Bosskampf, weil der auch übelst auf Nerv ging, also, das muss man mal sagen. Ja. Ja. Naja. Naja, wenigstens ein Silber. Neue Charakterbiografie, neue Konzeptgrafiken, juhu! Etwas, was jeder Gamer immer haben möchte, Konzeptgrafiken. Die sind immer so wichtig. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich schaff's. Gott sei Dank. So. Das haben wir hier erledigt. So, was kommt jetzt? Jetzt? Oh! Was haben wir denn hier? Was sind das für ein Viech? Keine Ahnung. Das ist Scorpion. Ist das Deadpool? Haha. Äh! Cool. Also, wenn das Deadpool ist, dann ist das mega cool. Haha. Naja, aber guck mal. Also, was hier alles schon von Leuten gekommen sind. Craven. Ja, die übelst schlecht so. Aber das ist alles Akt 1. Das ist Akt 2. Akt 2 geht bis hier, glaube ich. Und dann kommt Akt 3. Okay. Dass alle 4 wieder kommen. Und dann kommt hier nochmal der letzte Akt und das ist dann vorbei. Okay. Oder ist das so, oder? 1, 2, 5. Oder 5. Ne, aber egal. Egal. Dann machen wir weiter mit dem nächsten. Das ist dann hier. Äh. Ich mach auf leicht. Komm. Du kannst Gegner mit Netzschützen blenden. Nutze die Gelegenheit, um ihnen die Waffen zu entreißen. Haha. Hat nie was gebracht. Dein Spinnenrang auf dem Level-Bildschirm zeigt dir den Durchschnitt deiner besten Leistungen in drei verschiedenen Kategorien. Art. Combo-Bewertung. Schlecht. Spinnen-Embleme. Gut. Endzeit. Naja, okay. Im höchsten Schwierigkeitsgrad, den du je erspielt hast. Gut zu wissen. Ausflag. Ausflag. Demonstration. Schlecht. Ein ز llecher der Sandstunde. er soll das jetzt gewesen sein keine ahnung aber das hier gefällt mir ich habe sie ich habe hier so eine vipes an an links ist der wahnsinn also an akim ich glaube hier konnte er auch nicht denkt dran bleibt außer sicht versteckt ich im schatten warte bis der alarm ja stimmt war das ja ein bisschen anders stimmt ja es ist ein einkommen hier die ganze sache kommt er ja war dazu mal gucken ob er herkommt na ich glaube nicht dass es sich bewegt aber naja gut lasst sich immer leben ich habe es geschafft an ihm vorbeizukommen das ist die hauptsache kommt er hier hin ich habe mich wie Das lief gut. Den anderen will ich auch gerne irgendwie so vernichten. Es gefällt mir nicht, dass der da immer noch alleine ist. So, jetzt aber. Du hast das nicht anders verdient. Ich musste den schnell machen. Uff. Zack. Und Schnauze halten. Du kommst auch her. Schön hier oben anhängen. So mag ich's doch. Da hinten haben wir noch einen. Aber an der Stange kann ich natürlich nicht laufen. Komm mal her. Noch mehr sind hier nicht mehr. Das waren alle. Dieser komische Voltruer ist einfach abgehauen. Abgehauen. Aha. Hallo, Spidey. Schön weitermachen. Das hat jetzt nicht gezählt. War ja auch klar, weil ich dumm war. Gut. Das war ja klar. Was gibt es? Bei dem Licht ist ja klar, dass der mich sieht. Das ist noch ein anderer Typ hier. Kann ich hier sehen. Oh, komm! Oh, komm! Bis ist die verarschen. Das gibt's doch nicht, ey. Ich muss den Typen irgendwie kriegen. Aber wo fängt denn das Licht hier an? Jetzt ist das Licht weg. Was ist denn für ein komischer Suchscheinwerfer? Das ist ja übertrieben. Boah, komm! Ja, natürlich. Der hat natürlich so weite Augen, dass er mich da sieht. Aber gut, irgendwie muss es ja auch ein bisschen schlauer sein. So, ich muss den Typen da hinten zuerst ausschalten. Ah, guck mal, ich stehe hier hinten. Dann guck dir mal an, wie weit dieser Lichtstrahl da geht. Der geht jetzt zurück. Jetzt dürfte ich ihn gerade nicht sehen. Der sieht mich wieder hier. Ah, nehmen wir noch ein bisschen weiter weg. Schön aufpassen, schön aufpassen. Wenn das Licht nach hinten geht... Mal kurz gucken, wie weit das geht. Das ist halt, warum hat das nicht gezählt? Warum hat das nicht gezählt? Oh, komm schon. Ich will doch nur, dass es zählt. Oh, da ist noch einer. Das glaube ich war schon wieder. Ja, das waren alle scheiße. Er voll verkackt. Übelst verkackt. Scheiße. Hey, Leute. Ich glaube, ich kann nicht ein Glas von Milch bekommen. Sorry, pal. Aber ich habe hier etwas, das wird dich gut und hammered. Ich werde dich verhören. Halt ihn auf. Okay. Was ist das denn? leichte sind sie zum platz ein uppercut macht den wäscher weg das war es so good ja 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 okay okay bleibe im schatten eine 2d-passage ist ja cool wo war denn da nicht ja wie weit soll ich denn noch in den schatten wieder zurück hier ist nichts ja 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 ist okay ich bin schlägst raus ich war komplett raus ich war im schatten aber egal trotzdem wurde erwischt klar das spiel das spiel das das ist das ist das ist Halt hier die Klappe. Guck mal, ich komm doch nicht mal irgendwie höher, weil, äh, das Spiel mich das auch gar nicht lässt, aber egal. Gut, alles klar, zack. So, der ist noch down. Was? Wie? Da war gar nichts. Vulturen sind schrecklicher als usual. Ja, und das sagt etwas. Ich glaube nicht, dass irgendwas ihn schrecklich wäre. Er ist meistens das schrecklichste Ding. Er ist auch immer so schrecklich. Ja, was dieser Mann essen? Ich habe nie gesehen einen Vulturen wie so. Er war schrecklich. Ja, und irgendwas, was schrecklich ein Mann wie so schrecklich ist, schrecklich mich. Der Spiegel will sich in diese Aktion schrecklich sein. Er ist schrecklich mit der Ruhige Gang. Ich fühle ihn mit der Nacht. Es ist Nachtzeit. Das ist nicht so gut, aber ich habe einen Film voll in der Nachtzeit. Siehst du, das ist, warum wir nur Goons sind. Weil wir haben schreckliche Diskussionen wie so. Reinforcements, hm? Ich nehme jeden Tag in dieser Stadt, wenn ich muss. Maaßenschlägerei. Etwas, was mir immer sehr viel Spaß macht. Nap time, everybody. Idiot. Wirft die Granate und läuft selber rein. Oh, man. Zack. Ich liebe dieses Nightfeeding hier. Das ist so cool gemacht. Kiss the dirt. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, wir sehen uns im nächsten Plan wieder. Dankeschön, wieder das dabei sein. Moment. Ich muss noch ein paar Typen verprügeln. Leute, ihr müsst mal lernen, für was eigentlich Granaten sind. Auf jeden Fall nicht fürs Werfen und selber reinlaufen. Ey. Was ist das? Ach, du willst noch. Alles klar. Wer hat noch keine Trügel bekommen? Wer will doch mal? Ich bin jetzt hier der Stärkste. Na, erster Kampf. Aber, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part und machen dann hier weiter. Ich weiß, ein fieser Cliffhanger, aber das muss auch mal sein. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Wieder danke fürs dabei sein. Macht's gut. Haut rein. Und bis dahin. Ciao. Ciao.